Die WordPress-Login-Seite an sich ist eine Wüste aus tristem Grau mit einem relativ großen WordPress-Logo oben drüber. Wenn ihr eure Seite geschäftlich nutzt und sich Kunden auf eurer Seite einloggen, dann wäre es doch toll, wenn sie dort bereits ein Design vorfinden, was mehr dem eurer Seite entspricht. Vielleicht mit eurem eigenen Logo und vielleicht mit einem schönen Hintergrundbild oder auch mit einer Schriftart, die ihr sonst auf eurer Seite benutzt. Und wie ihr diese Login-Seite ganz einfach anpassen könnt, das erzähle ich euch in diesem Video. Mein Name ist Ulf, ich bin Gründer der Facebook-Gruppe Digital Business für Fotografen. Wenn dich diese Themen interessieren, bist du herzlich in die Gruppe eingeladen, um dort mit uns mitzudiskutieren. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ich drehe auch häufiger YouTube-Videos zu diesem Thema. Insofern solltest du vielleicht über ein Kanal-Abo nachdenken. Und auch ein kleiner Kommentar unter dem Video ist sehr hilfreich, denn Feedback ist immer gut. Also, unsere WordPress-Login-Seite, was können wir tun, damit wir die ein bisschen schöner machen? Eine relativ einfache Möglichkeit, das Design der WordPress-Login-Seite zu ändern, ist das Plugin LoginPress. Es ist kostenlos in der WordPress-Repository verfügbar, sodass ihr ohne Geld dafür zu bezahlen ans Design eurer Login-Seite gehen könnt. Und das funktioniert auch ganz hervorragend. Es gibt auch eine Bezial-Version oder eine Premium-Version dieses Plugins. Und welche zusätzlichen Funktionen da enthalten sind, das schauen wir uns auch gleich noch im Einzelnen an. Schauen wir doch mal, was die kostenfreie Variante alles bietet. Zum einen könnt ihr die Fehlermeldung anpassen. Ihr könnt ein eigenes Logo verwenden. Ihr könnt ein eigenes Bild einbinden. Und ihr könnt auch das Login-Formular selber ändern im Aussehen. Ihr könnt Login-Funktionen zur Kopf- oder Fußzeile auf eurer Seite hinzufügen. Und ihr könnt sogar, wenn ihr fit seid, in CSS oder JavaScript noch tiefer in das Design einsteigen, indem ihr da ein bisschen programmiert. Ich kann das nicht, aber die anderen Funktionen reichen, um wirklich schon ein super ansprechendes Login-Formular herzustellen. Wenn wir uns für die Pro-Variante entscheiden sollten, dann bekommen wir sogenannte pre-designed Templates. Das heißt, es sind vorgefertigte Seiten, wie unsere Login-Seite aussehen könnte. Die schauen wir uns gleich noch mal an, was es da für unterschiedliche Designs gibt. Wir können Google Recapture nutzen. Diese zusätzliche Möglichkeit, um Spam-Accounts oder Spam-Bots abzuhalten, davon Accounts bei uns einzurichten. Es gibt Auto-Logins, Social Logins. Es gibt ein Login-Widget. Wir können die Login-Versuche einschränken. Zum Beispiel, man kann sagen, nach drei vergeblichen Login-Versuchen soll erst mal zehn Minuten pausiert werden, zum Beispiel. Wir können den Link, den Standard-Link, den WordPress hat, zu unserer Login-Seite, den können wir auch ändern, sodass er nicht sofort gefunden wird. Was eben zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit ist, Spam oder Bots davon abzuhalten, unsere Seite zu besuchen. Wir können User, nachdem sie sich einloggen, in einen bestimmten Bereich umleiten. Und wir können sie auch, wenn sie sich wieder ausloggen, auf einen bestimmten Bereich unserer Seite umleiten. Zum Beispiel direkt wieder zurück auf die Homepage. Das alles schauen wir uns gleich noch an. Und eine weitere Premium-Funktion sind eben auch Google-Fonts, sodass ihr sogar die Schriftarten weitestgehend ändern könnt, nämlich in jede Schrift, die Google uns anbietet. Also, schauen wir doch mal, wie das alles funktioniert und wie wir das Plugin installieren. Ich habe hier eine frisch installierte WordPress-Seite und gehe da auf Plugins installieren und suche dann hier im Repository Loginpress. Da ist es schon, Loginpress von WP Brigade. Das ist der Hersteller und das kann ich jetzt installieren. Ich habe es schon installiert, deswegen steht hier schon aktiv, aber ihr könnt hier auf Jetzt installieren klicken und danach aktivieren. Und dann ist das Plugin bei euch vorhanden. Ihr seht es hier im Menüpunkt, Loginpress hat einen eigenen Eintrag. Und da könnt ihr dann zum Beispiel auf Settings gehen. Und dann schauen wir uns doch mal an, was das Plugin so zu bieten hat. Das ist sozusagen der Bereich, der für das kostenfreie Tool von Bedeutung ist. Alle anderen Reiter hier oben betreffen die Bezahlvariante und sind zunächst mal für uns nicht so interessant. Hier können wir einstellen, wie lange eine Login-Session dauert. Also hier bedeutet das zum Beispiel, dass sich der User nach 10 Minuten neu einloggen muss. Das ist eigentlich okay. Dann können wir hier weitere eigene Passwortfelder freischalten, wenn wir das auf der Login-Form so möchten. Wir können sagen, wie sich der User einloggen soll, ob mit Username oder E-Mail-Adresse, nur mit Username oder nur mit E-Mail-Adresse. Ich persönlich finde, dass die E-Mail-Adresse sich eigentlich jeder merken kann. Username vergisst man manchmal. Dann gibt es wieder Support-Anfragen. Ich habe meinen Namen vergessen, worauf man dann reagieren muss. Deswegen glaube ich, dass die E-Mail-Adresse hier die beste Option ist. Deswegen würde ich das auswählen. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, anzugeben, welche URL benutzt werden soll, wenn der User das Passwort vergessen hat. Ob es die WordPress-Standard-URL sein soll oder die WooCommerce-URL. Dann gibt es eben die Möglichkeit, wenn ich mich bei den Settings irgendwie verhakt habe, hier ein Reset durchzuführen, sodass wieder alles auf Null gestellt ist und ich eine neue Einstellung vornehmen kann. Wenn ich das Plugin deinstallieren sollte, habe ich hier die Möglichkeit, dass wirklich auch alle Datenbank-Einträge gelöscht werden. Es ist so eine Unart von vielen WordPress-Plugins, dass sie einfach die Files aus dem Verzeichnis löschen, aber die Datenbank-Einträge bleiben dann verwaist in der Datenbank stehen, was dann auch irgendwann zu Performance-Einbußen führen kann. Und hier wird eben sichergestellt, dass auch diese Datenbank-Einträge gelöscht werden, wenn ich das Plugin deinstallieren möchte. Wo ändere ich denn jetzt eigentlich das Design meiner Login-Seite? Das geht hier über den Customizer. Und wenn der geladen ist, dann sehe ich hier quasi alle Möglichkeiten, die ich habe. Zum einen gibt es hier die Themes-Vorschau. Das ist quasi das Default-Theme, was mir hier von LoginPress angeboten wird. Alle weiteren Vorgaben kann ich nur nutzen, wenn ich das Premium-Feature, sprich die Bezahlversion benutze. Es hält mich aber nicht davon ab, ähnliche Designs von Hand herzustellen. Das heißt, ich bin nicht zwingend darauf angewiesen, diese Vorlagen auch zu benutzen. Ich kann diese Vorlage als Ausgangspunkt nehmen und mich dann daran machen, das Design entsprechend selbst zu ändern. Und ihr seht hier auch diese Buttons neben den einzelnen Positionen. Die kann ich quasi direkt auf dem Template, auf dem Login-Screen selber klicken und gelange dann hier zur Funktion, die für diesen Bereich direkt zuständig ist. Hier kann ich also das Logo anpassen. Das können wir mal eben probieren. Wenn ich ein Bild auswähle, ich habe hier mein Logo drin, sage Bild wählen, dann wird das WordPress-Logo hier oben ausgetauscht gegen mein eigenes. Das stimmt natürlich von der Größe noch nicht ganz, deswegen muss ich hier die Breite und Höhe noch ein bisschen ändern, bis das passt. Ungefähr so. Und dann kann ich hier auch noch den Abstand zum Formular ändern, wenn ich das möchte. Und damit habe ich schon mal zum Beispiel das Logo geändert. Dann geht es hier weiter. Ich kann für den Background ein eigenes Bild auswählen. Zum Beispiel kann ich dieses Bild nehmen. Oder für Katzenliebhaber, ihr könnt dieses Bild auswählen. Und schon sieht das Ganze relativ anders aus und nicht mehr so sehr nach WordPress, was ich also sehr, sehr cool finde. Das sind die vorgegebenen Bilder, aber natürlich könnt ihr auch Bilder aus der eigenen WordPress-Media-Library hier einsetzen. So, und damit sieht unsere Login-Seite doch schon relativ anders aus. Dann kann ich eben auch den Formularteil selber verändern. Ich kann beispielsweise ein eigenes Bild für den Hintergrund auswählen. Ich kann die Hintergrundfarbe ändern, wenn ich das möchte. Ich kann mir hier über den Picker eine eigene Farbe aussuchen. Das passt jetzt alles nicht so gut, deswegen lasse ich das mal weiß. Ich kann die Breite der Form verändern. Und wenn ich das schon tue, dann sieht es auch schon wieder ganz anders aus als in WordPress, sodass ich hier wirklich relativ einfach Veränderungen vornehmen kann, um das Design nach meinem eigenen Geschmack anzupassen. Ich kann die Größe des Formulars ändern. Ich kann sagen, dass der Radius für das Formular geändert werden soll. Ich kann den Schatten hier entsprechend ändern, wenn ich das möchte. Das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht. Aber ich habe hier eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch die Feldbreite zu ändern. Und ich kann auch die Farbe der Eingabefelder verändern, wenn ich das möchte. ReCapture ist nicht in der kostenfreien Variante enthalten. Ich kann hier zum Beispiel den Button ändern, indem ich ihm eine eigene Farbe gebe. Und habe diverse andere Einstellmöglichkeiten, die wir jetzt nicht alle im Einzelnen durchgehen wollen. Aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip, wie einfach das ist, hier entsprechende Funktionen in eurem Login-Formular zu ändern. Wenn ihr euch entscheidet, die Pro-Variante zu kaufen, dann habe ich hier einen kleinen Affiliate-Link für euch. Zurzeit ist ein Lifetime-Deal bei AppSumo aktiv. Das heißt, wenn ihr hier über diesen Link das Plugin kauft, dann müsst ihr wirklich nur einmal zahlen und könnt es dann ein Leben lang verwenden, ohne dass ihr jährlich wiederholt diese Abokosten tragen müsst. Sondern ihr müsst wirklich nur einmal zahlen. Und über diesen Affiliate-Link kommt dann ein kleiner Teil von dem, was ihr bezahlt, hier zurück an den Kanal und unterstützt mich bei meiner Arbeit. Aber es wird für euch natürlich nicht teurer als das, was ihr einfach sowieso bezahlen müsst. Wenn ihr also den Kauf abgeschlossen habt, dann habt ihr euren eigenen Bereich auf der Seite von WP Brigade und könnt dann sozusagen hier die weiteren Plugins mit den Pro-Funktionen herunterladen. Die müsst ihr sozusagen einzeln downloaden und dann auf eurer WordPress-Webseite installieren. Ich habe das in meinem Fall schon gemacht. Dann gehen wir nochmal auf Settings von LoginPress und dann sehen wir, dass diese ganzen Reiter, die wir hier oben haben, jetzt auch mit Funktionen, nämlich mit den Pro-Funktionen hinterlegt sind. Und wir können sämtliche Funktionen nutzen. Schauen wir doch nochmal ganz kurz im Customizer. Wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen auf unser eben schon geändertes Login-Formular, dann sehen wir, dass wir hier die Pro-Variante haben, indem wir beispielsweise auf Themes gehen und jetzt tatsächlich auch andere Themes hier auswählen können. Das, was vorher noch nicht ging. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also jetzt könnt ihr sozusagen hier mit diesen verschiedenen Vorlagen herumspielen und rumexperimentieren und die natürlich auch noch wieder entsprechend nach euren Vorgaben anpassen. Ich speichere das jetzt mal nicht, sondern wir schauen mal weiter, was es hier noch gibt. Dieses Auto-Login ist eine großartige Funktion. Wenn ihr zum Beispiel einen einzelnen User sucht, ich habe zum Beispiel einen User Ulf hier, was für eine Überraschung. Dann kann ich sozusagen diesen Link per Mail an mich schicken und kann mich dann direkt über diesen Link, wenn ich den anklicke, auf dieser Website einloggen. Das heißt, ich muss mir keinen Benutzernamen und auch keinen Passwort merken. Das ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn ihr Fotos verkauft an Kunden und Kunden sich eigentlich nur einmal auf eure Seite einloggen müssen, um dann beispielsweise die Bilder runterzuladen und die nicht ständig bei euch zu Gast sind, sodass sie einen festen Benutzernamen und ein festes Passwort bräuchten. Da könnt ihr einfach diesen Link hinschicken. Der User muss sich gar nicht umständlich einen eigenen Account einrichten, sondern er klickt einfach nur drauf und landet direkt in seinem Bereich, wo er die Bilder runterladen kann. Und das passiert dann zum Beispiel über diese Login-Redirects. Hier könnt ihr nämlich für den gleichen User einen Bereich angeben, auf welche URL er umgeleitet werden soll, wenn er sich eingeloggt hat und eben auch auf welche URL er umgeleitet werden soll, wenn er sich wieder ausloggt. Zum Beispiel auf die Homepage. Und beim Login-URL könnt ihr zum Beispiel auf die Seite verweisen, wo er dann direkt seine Bilder herunterladen kann. Im Zusammenspiel mit Auto-Login funktionieren diese beiden Punkte ganz hervorragend. Wenn ihr beispielsweise seht, dass der Vorgang des Downloads abgeschlossen ist, dann könnt ihr einfach diesen Link löschen und der User kann nicht mehr darauf zugreifen. Oder wenn er zum Beispiel später nochmal wiederkommen soll, könnt ihr ihm einfach einen neuen Link generieren. Das geht einfach hier über New. Dann ist auch der alte Link automatisch ungültig und er kann sich hier mit diesem neuen Link dann nochmal einloggen, wenn das nötig sein muss. Oder ihr könnt es eben, wie gesagt, hier auch löschen. Dann ist der User wieder ausgesperrt. Bei Hide-Login könnt ihr den Standard-Wordpress-Login-Link ändern. Also normalerweise ist ja dieses wp-login.php. Diese Ändung ist der Link, der immer auf die WordPress-Login-Seite führt, bei allen WordPress-Installationen. Das wissen natürlich auch Hacker und versuchen dann darüber, sich Accounts anzulegen bzw. Zugriff auf die Seite zu bekommen. Und hier könnt ihr eben diesen Standard-Link ändern. Den muss man natürlich sich dann auch merken, weil sonst bleibt man halt selbst ausgeschlossen. Daher kann man sich eben auch eine E-Mail zusenden lassen, wo einem dieser entsprechende Link dann auch nochmal mitgeteilt wird. Limit-Login-Attempts. Hier ist zum Beispiel voreingestellt, dass nach vier vergeblichen Versuchen, wenn man zum Beispiel sein Passwort vergessen hat, man erst mal 20 Minuten warten muss, bevor man weitere Login-Versuche unternehmen kann. Hier kann man eben noch auswählen, die einzelnen Details werden dann hier in der Liste angezeigt, welche IP zu welcher Uhrzeit versucht hat, sich einzuloggen. Dann kann man hier sozusagen eine Whitelist oder Blacklist führen. Wenn man hier zum Beispiel sieht, dass eine bestimmte IP ständig versucht, sich einzuloggen, obwohl sie nicht Mitglied der Seite ist, kann man sie hier eben Blacklisten, sodass sie in Zukunft gar keine Chance mehr hat, überhaupt einen Versuch zu unternehmen. Login-Redirects haben wir eben schon besprochen. Man kann das eben mit Usernamen verwenden oder auch mit WordPress-Rollen. Wenn ich beispielsweise einen Online-Shop habe, dann habe ich ja die Rolle Customer. Die wird automatisch von WooCommerce angelegt und ich kann beispielsweise sagen, dass wenn sich ein User mit der Rolle Customer einloggt, dass der automatisch auf seinen eigenen Kundenbereich umgeleitet wird, wo er seine Rechnung runterladen kann oder seine Produkte oder was auch immer. Und zu guter Letzt haben wir die Social Logins, wo wir den Usern gestatten können, sich jeweils mit ihren sozialen Profilen, die sie bei Facebook oder Twitter, Google oder LinkedIn haben, einzuloggen. Dabei werden natürlich keine Passwörter übertragen von Facebook oder dergleichen, sondern es wird über einen sogenannten API-Aufruf gecheckt, verifiziert Facebook den User als sein Mitglied, dann darf er bei mir auf die Seite. Und damit das funktioniert, müssen hier eben so Facebook-App-IDs und Passwörter beziehungsweise App-Secrets eingegeben werden. Und wie das funktioniert, dazu gibt es hier eine Hilfe. Zum Beispiel für Facebook werden die Schritte hier im Detail erklärt. Ihr müsst diesen Vorgang natürlich nur einmal durchführen und könnt dann in Zukunft eben Social Logins auch auf eurer Seite anbieten. Und ich glaube, für viele User ist das eine extrem bequeme Möglichkeit, sich bei euch einloggen zu können. Soviel zunächst zum Thema Login-Press. Ich finde, es ist eine sehr gute Möglichkeit, eure Login-Seite anzupassen und euren Kunden vielleicht ein etwas durchgängigeres Design-Erlebnis auf eurer Webseite bieten zu können. Wenn ihr die Pro-Version kaufen wollt, es ist zurzeit, wie gesagt, ein Lifetime-Deal aktiv bei AppSumo. Der geht immer nur ein paar Tage, dann ist er wieder weg. Also schnell zuschlagen, weil dann müsst ihr wirklich nur einmal bezahlen und habt lebenslangen Zugriff auf alle Pro-Features. Normalerweise ist es ja so, dass ein jährlicher Zahlungsturnus entsteht und ihr quasi eine Art Abo habt. Das entfällt bei diesem Lifetime-Deal. Insofern lohnt es sich dann zu überlegen, jetzt zuzuschlagen. Der Affiliate-Link, wie gesagt, noch einmal hier unten oder auch in der Videobeschreibung. Wenn ihr das nicht möchtet, ist aber auch die kostenlose Version eine wirklich super Möglichkeit, einfach das Design anzupassen und die Kunden ein bisschen glücklicher zu machen. Gut, mich würde mal interessieren, nutzt ihr dieses Plugin? Ja, oder nutzt ihr vielleicht eine andere Lösung? Schreibt es mal in die Kommentare, sodass wir ein bisschen darüber diskutieren können. Vielleicht sehen wir uns auch in der Facebook-Gruppe Digital Business für Fotografen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.